Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei uns hat es geschneit. Es ist bereits schon Mittag. Nehmt euch trotzdem noch mal mit. Wie das hinten in der Großstadt ist, ist es ein bisschen schmuddelig. Aber wir sind ja außerhalb jetzt ein bisschen. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß. Also hier ist der Trabi und ein bisschen weißet. Na ja, für die Sichtverhältnisse seid entschuldigt, aber ist schon ein bisschen gesalzt. Demzufolge schmiert mein rechter Scheinwischer, obwohl er nagerneu drauf ist. Aber ist ebenso. Irgendwie sind die Stängeflächen hier richtig ausgerichtet. Aber ich denke, hier seht ihr noch. Die Automatik, die funktioniert. Da kommen wir einen Stolz drauf. Das ist schon mal. Sollte Natürlich bin ich unterwegs auf meinem Goodride-Reifen, chinesische Zeug, da brauchst du zwar ein Kilo rechts und links, damit die ausgewuchtet werden können an Blei, aber sie funktionieren wirklich gut, für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Natürlich sind die Reifen jetzt vielleicht nicht wirklich für den Bürger geeignet, aber so ein bisschen Kleckerschnee hier vertragen die Reifen an Zug. Sollte Sollte Ihr seht ja, ein paar Autos sind ja noch weiß, noch ein bisschen zugeschneit. Sollte 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 Viele werden sich jetzt denken, wie kann man nur mit so einem Oldtimer im Winter fahren, deswegen habe ich mir gekauft, um zu fahren. Und ja, natürlich ist hier überall Salz auf den Straßen, aber früher war die Lauge und Salz auch nicht besser. Und das macht eben auch Spaß, Travi zu fahren im Winter, wenn es mal ein bisschen glatt ist, ohne ABS, ohne ASR, ohne ESP, einfach mit Sinn und Verstand Auto zu fahren, das ist mehr wie ein Autofahren, das ist ohne Arbeiten. Und deswegen fahren auch im Winter. Aber man wird dann früher geguckt, was passiert ist an Rost, dann wird der Rost eben wieder weggemacht, beziehungsweise das Fahrzeug ist ja, der Unterboden ist bearbeitet, zudem ist da überall Erholraum konserviert. Also, alle chic gemacht, genau wie vor 30, 40 und 50 Jahren schon. Und für mich ist das Feeling einfach unbezahlbar. Und deswegen nicht nur ein Saisonkennzeichen, sondern auch im Winter. Mal gerne eine Runde. Als Alltagsfahrzeug würde ich es nicht mehr haben wollen, aber so, um mal kurz die Erledigung zu machen, kann man schon so ein Trabant mal nehmen. So, der vor uns, der hat vergessen den Schnee abzumachen von seiner Plane. Aber das wird er nicht wissen, was er das machen muss. Ich bin bereit, gut, ver Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, der kommt ein bisschen rüber. So ein bisschen die Nadierrutschen macht schon Laune. Und hier sieht man, das ist der Trabant, also wie ein SUV, die eignet ist für die Ninde. Schön. Also die Reifen sind schön. Schnee ist schön. Ich hoffe, die Reise hat euch ein bisschen gefallen. Und beim ersten Mal Schnee bin ich immer ein bisschen merkwürdig. Mir hat es Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und man sieht sich. Ciao.